hallo in der weiteren folge animation throwdown daily shop news und combo masteries mit mir dem entgleicht jo leute wir schauen jetzt mal wieder hier rein in mamas altmojga heimnisschatulle da haben wir mythic bobby mythic bobby ist geil mamas altmojga heimnisschatulle ist schrott so nach wie vor die oktoberfest tier box oktoberfest hermes bierfestival hermes konrad bildort vodkabier l erp bartenders not und der date wine soitberg so dann haben wir hier diese ganzen kombos da die wenn es interessiert guckt noch mal nach ich habe dazu ein eigenes video gemacht so da wird alles im detail genau erklärt hier man philip j fry für die leute die den noch brauchen hier haben wir ein mythic bobby pack mit herum talken thunder cocktails vodka bier franzine smith so und als hätte congregate meine beschwerde über franzine smith und so weiter gehört bringen sie das tainted die tainted wodka box raus und da muss ich sagen zwei tage 15 stunden leute hier da könnt ihr echt zuschlagen bier bottle toast ist die aktuelle pre combo hier gut ist eine relativ defensive aber wir haben hier zur auswahl thunder cocktails und thunder cocktails ist aktuell somit die stärkste support drunk karte die es so gibt wodka bier party im biertank dann haben wir als nächstes den bill dort re und den peter ja leute also wenn das nichts ist dann weiß ich auch nicht mehr ja wie weit geht man eigentlich tainted lmo lassen wir hier reinschauen tainted lmo naja nicht so berauschend aber gut so also absolute perle hier tainted vodka box mega geil so dann hätten wir hier in der meisterschaft sensei rein stands grill slurm loco und hier hinten den da wir schauen jetzt mal hier rein sensei rein das ist welche combo gucken wir mal hier rein das ist diese da schauen wir mal das sieht gut aus sensei rein haben roger mit fighter karten wir können das ganze ja mal maxen dann seht ihr wie das ganze aussieht wenn der roger und die legendäre support karte gemäxt sind dann kommt hier auf der rechten seite was mit motivieren raus und mit cheers all und kriegs angriffspunkte mit dazu wenn eine combo gespielt wird also das ganze funktioniert mit capoeira mit no mercy dojo aktorianisches kung fu diamond crusher ja und da unten haben wir dann noch mal das ganze in der mythic version ist jetzt nicht so krass viel stärker selbst wenn es gemäxt ist insofern ist das gar nicht mal so schlecht für die leute die die mythic jetzt nicht haben so dann haben wir hier stands grill ja und der grill sind hier diese goldenen zähnchen vom stan schauen wir mal hier rein das ist ja und stan mit zum beispiel bag of nickels oder hier unten ja auch wieder mit bag of nickels mit motivieren und blutsauger also combo ist nicht schlecht aber auch keine 500 gems wert ebenso sehe ich das ganze beim sensei rein auch hier combo nicht schlecht aber 500 gems no way dann haben wir hier eine combo die ist die war damals echt am anfang mega beliebt slurm loko und wenn man sich das jetzt anschaut hier wenn wir das ganze mal maxen wir gucken wir mal wie das aussieht wenn es gemäxt ist dann hast du hier nämlich zehnfach blutsauger und vierfach cripple all da unten 18 fach blutsauger und zehnfach cripple all und es gab echt leute die hatten sich sonst loko deck damals gebaut ja hier noch mit der normalen kommen frei karte und wenn man sich jetzt vorstellt die anderen haben alle auch nur solche schrott karten und dann kribbelst du gleich mit mehreren slurm loko ist alles runter und ja und da ist noch den blutsauger mit dabei ist natürlich es war natürlich kindische spielerei aber es hat trotzdem es war witzig gewesen also jetzt absolut undenkbar also insofern slurm loko käse dann haben wir den singing bass boy und auch diese combo ist das ist das hier dr seudberg mit mit einer restaurant karte und dann kommt das daraus hier mit cheers und mit blutsauger ich muss ganz ehrlich sagen mir ist noch gar nicht so wirklich bewusst geworden das ist mit dem seudberg mit mythic seudberg auch schlechte kombos gibt dazu zählt der singing bass boy also ja was kann man bei den heutigen item shop sagen leute wenn ihr irgendwie 800 gems zur verfügung habt dann schlagt hier bei der tainted vodka box jetzt zu diese box ist echt einen kaufwert die ist mega geil zwei tage 15 stunden habt ihr zeit das zu machen ich wünsche euch ganz viel glück am besten sander cocktails und bill daughtery und davon gleich mehrere das wäre geil also wenn es euch gefallen hat lasst mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet das nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt animation throwdown mit mir man gleich schaut rein macht's gut bis dann und tschüss